Alter, wie soll ein normaler Mensch denken, wenn der Mensch an den vorbeikommt? Ich muss da einen auf Sosky machen. Denk dran, der letzte ist Drogen. Ja, ja. Der letzte ist hier Torte. Au, Kopfschmerzen! Das sind die alle voll oder was? Diese Viecher, die haben auch kein Leben, oder? Nee, den ganzen Tag, Tag ein Tag aus, von morgens bis abends aus so einer Blumen rausklotzen. Ich meine eigentlich die Kumpas. Ja, die doch auch. Weg hier. Wow, pass jetzt genau auf. Fällt jetzt bloß den Ding. Scheiß auf die Pflanze. Alter, was geht denn hier ab? Was geht denn? Yeah, alle Dreier. Oh, ich fresse. Alle Dreier? Du hast gleich den Gangbang hier gestoppt. Habt ihr überhaupt noch ein Leben hier, Krüppelkinder? Boah, ey, verzischen dich. Ich sag's dir. Rückwärtskiss. Sehr realistisch. Guck mal, der Luigi, der hat auch nicht mal Zeit, sich umzudrehen. Der Luigi ist krass. Stylischer Breakdancer geworden hier. Ja, bla bla, buf. Haha, du kriegst kein Feuerwerk. Weil du schlecht bist. Geil. Ich werde mal wieder an der geilsten Stelle ever rausgehen. Ach, wulisches. Warum wollen wir das mal spielen? Wollen wir das jetzt fertig haben wollen? Bescheuert. Da können wir uns feiern. Sind doch noch zwei Welten oder vier. Ich seh' nix. Scheiße, dachte ich jetzt. Das ist kalt. Pass auf, der trifft mich sich gleich wieder. Kannst der Schuldigenjahr an Einlauf geben. Boah, bist du behindert, du scheiß Koppeltier. Boah, alter, das hältst du dir doch. Das hältst du dir jetzt echt. Ich denke, kein Url. Und du redest. Das war keine Absicht, du Pimmel. Du bist niemals Abschied. Du stehst du jetzt eher an den ersten zwei Gegnern. Alter. Ja, guck, guck, was sag ich? Ja, 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 ja. Wend noch drauf. Ich hab Angst, der kommt wieder zurück. Geh mir Pilz. Oh, bitte, mach das Level jetzt endlich. Bla, 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 geh weg. Was? Renn weiter, renn, 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 renn. Oh mein Gott. Ja, geil! Da ist nichts. Leicht. Pilz ist auch nix, ne? Jo, schmeißt jeder mal unten ne Party, ich geh oben weiter. Hä? Und was? Was soll sich mit deinem scheiß Rattenkopf noch zu dir dringen? Was zum Teufel macht das? Safe-Stay, ne? Alter, das war ja mal vollgecheatet. Weißt, wenn die Gegner schon anfangen zu scheißen, ja, zu scheißen, ne, dann geht alles den Bach runter. Wenn ich keinen Bock auf euch alle habe, könnt ihr euch das vorstellen? Besonders, in jedem Leben seid ihr scheiß Gegner gleich. Ihr rett nach links und nach rechts. Und wenn ihr mal Bock drauf habt, dann rett ihr einfach mal den Untergrund runter. Was genau auch, was du tust? Yeah! Wanna be a star! Oh, boll, ey, sag! Oh, Mann, du wickst, komm, ne scheiße, arschgeficktes Hurenbock, fuck, Muggentier. Warum rennst du nach rechts, du fällst? Meine Fresse, weil der Abgrund war und ich abbremsen wollte. So, ein dummer Hurenbock. Lass mich raten, der kommt wieder. Scheiße, Mario, basta, das ist doch dein Hobby. Scheiße, auf die Prinzessin. Fuck. Ja, was für eine Vandale, der da unten schiebt. Ich hab Angst! Was für nichts da denn, Abgrund? Du bist so ein Vogel. Vogel! Ich hasse dieses Spiel. Hauptsache, man nix dreht. Let's has ist das, ne? Heute wird alles geletzt hier. Let's drunk, let's has. Bin ich denn überhaupt? Können mich dann einfach zuhause absetzen? Bis in Twilight Town. Siehst das nicht, wie das Twilight Town ädelt? Ich hasse dieses Spiel. Ach komm, da kann ich wenigstens keiner dazu zwingen, es nochmal zu spielen. Wie, die abkackt schon, die Musik. Bin ich immer noch hier? Ne, ich bin weiter, ne? Du bist immer noch hier. Naja, du bist... Ey, hier sieht alles gleich aus mit der Hintergrundkulisse. Gleiche Gegner, gleiches Schema, gleicher Tod. Ja, ha, ha, ha. Hättest du jetzt wohl gern. Scheiße auf den Stern. Nein. Stehst du eh durch. Aber wie ist da? Zack, 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 zack. Die Scheiße muss man sein, um das da hinzustellen. Siehst du, der Stern hat mir den Arsch gerettet. Was für ein Stern? Da sind ganz viele. Wir sind mal bei Mario 64, jetzt to go. Was schreit der immer, wenn der Bowser wegschmeißt? Schleung, geht, Bowser. Das ist so geil. Schleung, geht, Bowser. Wie ist denn hier? Ohoho. Was? Wie da in dieser realistischen Welt, wo alles in der Luft schwirrt? Turtle, hau ab. Teenage Mutants, Ninja Airport. Wie ich's wusste, dass da einer drin ist. Der hat schon so geschrien, ich bin ein Pilz. Wow! Der hat schon so geschrien, ich bin ein Pilz, holt mich hier raus. Ohoho, ruhig, Prauner. Ich sag da am besten gar nix zu, das gleiche solltest du auch tun. Ich beiß gleich sowas von Ihnen, die scheiß Tastatur. Die Tastatur? Das ist ein Kramal. Das ist meine Tastatur, du. Geh lieber so einfach fit, man Dreck. Man muss sich dran gewöhnen, da ist so ein bisschen wie die Steuerung bei God of War 3. Im Scheiß-Dreck! Bei God of War 3 haben sie wenigstens Steuerung ordentlich versaut, du nennst so. Vermissgeburtet. Alter, Alter, ich hab doch X-Kicks, ey. Alter, du hast auch X-Kicks gedrückt, genau wie ich. Dann mach ich jetzt mal, du hast den Müller anwenden, komm, ey. Komm, ey. Komm, lass uns auch mal aufrechter. Dann dann wieder, komm! Ja, dann fahr' mal aufwunder! Okay, wir haben die Überwollung. Dann werden scheißer Fick gewonnen. Dann werden scheißer Fick gewonnen. Und dann sind sie. Was glaubst du, ist einer von den beiden adoptiert? Mario. Er ist adoptiert. Du wickst! Das ist okay. Du f***st. Oh, wie er abgeht. Oh, Leute, zu geil. Wow, wow, so eine Kacke macht ihr jetzt aber nicht mit mir, Leute. Ich seh ja kaum schon klar und dann kommt's... Ja. Man hätte den Pilz nicht schlauer hinstellen können, oder? Scheiß doch. Ja! Macht's mir... F***! Dich bitte ins Knie. Mein letztes Leben, ihr verhurtten Wichser. Jetzt passt ein bisschen aufs Lach. Scheiß mach ich. Komm, Slaxi, wieder lila Launebär hier. Dax, Slaxi, ist nicht mehr so lila Launebär hier. So. Irgendeine Absicht verkackt. F*** dich, Wüte, ich geh sterben. Bleib einfach tot unter der Erde, wenn man sich nie wieder anrühren muss. Oh Gott. Alter. Das, der Pilz ist hier auch immer richtig scheiße gesetzt. Scheiß, du Mann, klemmt noch Wasser. Wow. Kauf dir ein Leben. Kauf dir ein Leben. Nein! Jetzt muss ich hier konzentrieren. Ha! Jetzt wohl gern, wa? Ja! Ja! Ich bin zu alt für so eine Kaka auf jeden Fall. Man, oh, wie ist es hier noch? Wie ist es hier noch? Wie ist es hier noch? Wie ist es hier? Verarscht! Ha! 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 Ich habe noch drei Champions-Baguette im Kühlschrank. Die meine ich gleich. Champions? Ach, Champions-Baguette verlangen! Aber ne drei. Doch! Zwei. Neun-Drei? Du hattest nur zwei. Ich habe dir heute gesagt, jeder ist immer sechs drin. Jeder hat drei. So hast du noch sein, zwei für jeden. Nein, drei für jeden. Das ist alles fünf für mich. Wichtig. Ah, so, Ex und Nachschlag. Wessen Ex kriegt einen Nachschlag? Huch, was geht denn hier? Ja, Alter. Können wir ein bisschen zu Hause suchen. Komm, bring Gaylord Luigi jetzt ins Ziel da. Alter. Bring den Typ mit dem langen Elf ins Ziel. Lauf am besten oben lang. Lauf oben lang. Haha. Ja, aber ein Pistig-Tortl. Nicht den Cheat wie bei einem anderen hier. So, Slacks hier wieder erfolgt. Ich bin der erste, grundsätzlich der Mann Leblatt's großer Bände. Slacks immer wieder Erfolgseinlebnisse gehabt. Die Laune steigert sich wieder bis zum nächsten Mal. Die Laune steigert sich erst, wenn ich in Welt 4 ne. So, Leute, mal sehen, was uns hier erwartet. Oh! Jakito! Wie ist er denn drauf? Pedo, Spasto! Speist er mit Wolken um sich. Zieh den euch rein. Mit einer Pilotenbrille. Viele passen bei einem einen Hund da und so rein, du. Sau. Ist mir egal. Wenn er Spasto hat, soll er auch machen. Soll gar nichts machen. Sterben soll er machen. So lange er mir nicht auf den Geist geht und mir nicht im Weg steht. Er geht ja auf den Geist, aber sowas von. Er geht mir schon auf den Geist, aber würde ich noch zugucken. Alter, hier sind ja so richtig geile... Nein! Ihr bescheidest, Alter. Jetzt haben wir ein Problem, wir beide. Komm mal her. Komm mal her. Komm. Zieh in die rein, wie er abhaut. Sei froh, dass er abhaut. Zieh in die rein, wie er abhaut, der Penner. Alter. Ich hab nie so ein Feigling gesehen.